Nun ja, Chemnitz ist mal wieder in den Schlagzeilen bundesweit. Es hat einen Dreifachmord in Würzburg gegeben. Davon war schon zwei Tage später kaum noch in den Zeitungen die Rede. Aber davon ist jetzt überall die Presse voll, dass der Mörder früher mal in Chemnitz gelebt hat. Das ist ja auch hier die Erstaufnahme, das hat er sich nicht rausgesucht. Aber dass er wieder weggezogen ist, das hat er sich rausgesucht. Und in dem Zusammenhang muss man durchaus mal auch mit Stolz auf die Chemnitzer Zivilgesellschaft und ihre Akteure verweisen, die diesen Menschen eben dazu gebracht haben, sein Unwesen nicht mehr in unserer Stadt zu treiben, sondern freiwillig sich woanders hin zu begeben. Nun, das ist zwar ein bisschen, das ist, ja, das ist makaber, das stimmt. Das ist das bisschen das St. Florians Prinzip. Heiliger St. Florian verschont mein Haus, zünd andere an. Unsere bevorzugte Lösung wäre natürlich, dass er gar nicht mehr in Deutschland gewesen wäre und schon seit Jahren nicht mehr. Aber es ist immer noch, wir müssen ja hier für unsere Stadt denken, die beste Lösung gewesen, dass er immerhin nicht mehr in Chemnitz war. Und deswegen können wir stolz sein auf unsere aktive Zivilgesellschaft, die auch auf solche Leute einwirkt.